Und hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Golden Sun 3 Die Dunkle Dämmerung. Wir haben im letzten Part angefangen mit dem Trainingslager für Synergie und wollen das in diesem Part zu Ende machen. Jetzt muss ich hier erstmal durch dieses Labyrinth springen. Und jetzt fehlt mir natürlich die Wachstumssynergie. Nein, ich brauche dazu mich, ich brauche dich. Und das kann ich ja schon mal vorab sagen, am Ende des Ganzen gibt es einen kleinen Bosskampf, den wir noch bewältigen müssen. Es ist eigentlich schlauer zuerst, das andere Ding zu erwischen, weil es dahinter langläuft. Und das kann man ja nicht immer erwischen. So, Glückwunsch! Von der Zeit wird auch schon wieder gefährlich. Hätte ich vier Minuten länger gebraucht, dann wäre es das gewesen. Die freigesetzte Energie aus den beiden ersten Leuchttürmen sorgte dafür, dass sich die Landschaft radikal veränderte. Eure Aufgabe ist es, einen sicheren Weg zum Jupiter-Leuchtturm zu finden. Jupiter-Leuchtturm, einer der vier Leuchttürme der Elemente, der sich in Ateca, westlich von Gondovan, befindet. In ihm wurde einst die Kraft des Windes versiegelt. Die Krieger von Vale brachen vor 30 Jahren dieses Siegel und setzen die elementare Macht frei. Also geht es hier weiter. Eins, los! Und hier darf ich wieder die Wind-Synergie einsetzen, die ich diesmal wieder nicht verknüpft habe, weil ich ja nur das Falsche mache. Und der Weg ist frei. So, jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Ach, jetzt brauche ich wieder die Verschieberts-Synergie. Wo ich da an? Ja. Dann bitte ich hier lang, damit ich da hinten lang kann. Sonst würden wir hier runterblasen. Sieht ja, als ob sie runtergeschubst werden. Finde ich ja nicht so mit. Ist doch sehr, sehr windig. Nee, dich hätte ich gerne. Es ist wirklich sehr, sehr windig. So. Somit kann man hier durch. Dann sind wir hier. Jetzt muss ich kurz gucken. Ach, das ist das. Okay, jetzt müssen wir hier lang. So. Jetzt können wir eine Weile warten, bis wir da hinten links angekommen sind. Das können wir eine Weile warten. Deswegen ist die Zeitspanne auch so groß. Naja, 10 Minuten. Reichen hoffentlich. Oh, so. Verschieber brauche ich. Weg bitte. So. Ein Ding leuchtet. So, komm rüber hier. So. Oh, ich glaube ich gehe gleich mal von hier aus nach rechts. Ich muss mal genau gucken. Ja, das macht mehr Sinn. Okay. Kann ich gleich zweimal finden? Ja, funktioniert. Sonst verpasse ich das erste schon mal wieder. Das mache ich immer gerne. Und der nächste Schalter ist draußen. Hier ist das Symbol leuchtet und wir nehmen den letzten nochmal in Angriff, den hier oben. Wir haben ja auch noch genug Zeit, also setzen wir uns mal nicht unter Stressen. Das darf ich dreimal hier lang, damit wir auf den da hüpfen können. So. Sie hatte vorher immer Probleme, als sie das Spiel gestartet hatte, hier herauf zu kommen, weil ich nicht wusste. Ich muss nämlich die ganze Zeit rechts den Knopf nach links drücken. Also, äh, der Steuerkreuz. Einfach die ganze Zeit in die beliebige Richtung drücken, damit das auch wirklich funktioniert. Mache ich jetzt auch die ganze Zeit, damit ich ganz sicher da drauf lande. Was ich jetzt schon mal machen kann, ist das wieder fixieren, weil wir das jetzt wieder brauchen. So, erstmal, ich darf wieder so eine lange Runde drehen, weil ich... So, äh, wenn ich mich nicht irre, ist heute ja für euch Mittwoch, nicht wahr? Das heißt, morgen kommen die nächsten beiden Let's Plays. Da freue ich mich schon riesig drauf. Sollte heute Mittwoch sein, ich denke mal ja. Oh, ich habe daneben geschossen. Ich habe getroffen. So, komm raus hier. Habe ich dich. Und damit geht es da weiter. Und ich habe mal wieder die falsche Synergie weggelegt. Tyrell hat bald keine mehr. Keine Punkte, meine ich. Ich meine, bei 5 PP kann man keinen mehr einsetzen. Das ist doof. Ah, noch funktioniert es. Aber jetzt muss ich, glaube ich, warten, oder? Oder was passiert? Ja, nicht genug PP vorhanden. Jetzt darf ich in der Weile rumlaufen. 4 hat er noch. Und jetzt hat er wieder 6. Glückwunsch! Ja, knappe 4 Minuten. Mit vereinten Kräften gelang es den Kriegern, die ersten 3 Leuchttürme zu erreichen. Doch der vierte Leuchtturm sollte sich als der schwierigste aller Herausforderungen erweisen. Wie das ja so immer ist. Bahnt euch einen Weg durch Schnee und Eis, um zum Marsleuchtturm zu gelangen und dort den Drachen zu besiegen. Anders gesagt, unseren nächsten Bosskampf. Marsleuchtturm, einer der vier Leuchttürme der Elemente, der sich im Lorn angerast befindet. In ihm wurde einst die Kraft des Feuers versiegelt. Die Krieger von Welt brachen vor 30 Jahren dieses Siegel und setzten die Elementare Macht frei. Okay. Hier geht es mal wieder weiter mit Feuer. 3, 2, 1. Los geht's. So. Dich muss ich zuerst in Schmerzen bringen, sonst kommen wir hier nicht vorbei. Und schon entsteht eine Pfütze. So müssen wir weitermachen. Jetzt muss ich erstmal... Dich bringe ich auch mal zum Schmerzen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube eher nicht. Von hier aus muss ich dich zum Schmerzen bringen. Zack, bist du weg. So, dann kann ich hier lang. Und jetzt werden wir erstmal die Treppe aktivieren. Okay. Machen wir also so weiter. Oh, gleich wird's ja richtig lustig. Ich habe immer wieder die falsche Synergie vorne. Ups. Oh Gott. Das wollte ich eigentlich nicht. Wie sieht das aus? Eigentlich... Ne. Verloren habe ich nichts. Alles noch ganz normal. So. Das Feuer ist da weg. Dann kann ich hier jetzt weg. Und jetzt muss ich eine ganze Weile Verschiebe einsetzen. Ich würde dich gerne durchschieben. Der Part ist auch bald vorbei. Aber ich denke mal, unseren Bosskampf kriegen wir noch hin, wenn wir uns beeilen. Ich hoffe mal. Oh, das war knapp. Also mein Schall ist eigentlich schon weggekokelt. Na ja. So, was muss man hier so machen? Wie darf ich erstmal eine Weile rumfackeln? Okay. Trotzdem ist man keiner lang. Wie komme ich da an? Ich komme da an. Sehr schön. Oh, jetzt ist es leicht kritisch. Ich hoffe, da kommt jetzt noch nichts zurück. Ich glaube nicht. Nein. Hoch hier und weiter geht's. Und ich fürchte, gleich darf ich den Bildschirm wieder wechseln. So, und ich hör dich. Und jetzt sind wir wechseln hier auf einmal. Und jetzt passiert Folgendes. Trie Debaculus erscheint. Okay, und wir sehen uns gleich wieder mit Doppelbildschirm. Und damit herzlich willkommen zurück zur Doppelbildschirm-Version von unserem Let's Play. Es wird Zeit, dass wir den hier ordentlich einheizen mit dem, was wir alles haben. Wir haben unsere Zeit drin. Das ist ja eigentlich schwer schade. Das heißt, du kannst da ganz normal angreifen. Wirbelwind. Öl, Attacke der Gruppe mit Feuerwut. Das ist doch ganz praktisch, ich finde. Ich gebe mir nur an, dass wir bei Bosskämpfen immer mit Doppelbildschirm spielen. 37. Sehr schön. Wird noch ein bisschen erhöht. Monsteratem. Gar nicht so stark, aber so... Oh, sehr gefährlich aus dem Kiara ist anscheinend vergeistet. Ein Geist hat vom Kiara Besitz ergriffen. Das ist nicht so gut, wie ich finde. Schwören. Können wir mal einen einzigen Gin machen? Ich denke mal, das wird bald ja schnell vorbei sein. Hopp' ich mal. Mal sehen, was uns das so bringt. Venus. 47. Und die Ehrkraft steigt. 55. Die Feuerkraft steigt. Ja, das kann ich weh tun. So, was soll ich denn hier so viel Dich auf dem Petto? Ich könnte auch Heilung einsetzen oder sowas ähnliches. Du hast... Geht ja nicht. Ich darf mir das normal an, wenn das was bringt. Nee. Dann musst du schon richtige Synergie einsetzen. Du kannst Flamme einsetzen, aber was das bringt, stellt sich später heraus. Ah ja, 23, etwas stärker. Durch die Feuerwut, glaube ich. So wird stirbendig. Ich will dich in diesem Fall ja noch besiegen. Schattenwort. Hopp, was ist das denn? Der Geist des Toast im Arm Tyrell. Na, sieht ja nicht so toll aus. Und die Gin sind wieder da. Somit können wir sie wieder einsetzen. Ich hoffe, du kannst noch einigermaßen was tun. Tyrell. Mal sehen, wie wir uns schlagen. 48. Ah! Er bricht zusammen. Trigger Barculus ist besiegt. Und wir sehen uns gleich wieder mit einem Bildschirm. So, ich bin wieder da mit einem Bildschirm. Und wir haben ja jetzt gerade den Bossgegner besiegt. Erfolgreich. Aber so ein Team sieht nicht so gut aus. Ja, Kiara sieht nicht ganz so gesund aus. Aber irgendwann hat sie Level 5 erreicht. Ich bin ja auch noch auf Level 5. Und Tyrell müsste eigentlich auch noch mal auf Level 5 hochsteigen. Hochsteigen. Ich bin da jetzt Synergie gelernt. Bombe. Das hört sich ganz interessant an. Und plötzlich ist es weg, ne? Ja. Glückwunsch! Und als Belohnung dürfen wir etwas von dahinten wählen. Welche Truhe möchtet ihr öffnen? Ich wähle jetzt einfach mal die rechte. Und heraus kommt... Oh! Ein Passierschein. Ich denke mal, der würde auch links kommen, oder? Ja, eigentlich schon. Den Passierschein brauchen wir ganz dringend. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Und deshalb habt ihr euren Preis aufregend nicht verdient. Mit dem Passierschein könnt ihr das Konfator durchschreiten. So, ich denke mal, das war es mit diesem Part. Ich hoffe, der war nicht zu kurz. Aber immerhin sehr informativ. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Freunde. Bis dann und auf Wiedersehen.